Ich wäre so gern bei Hazel, wenn unser Baby kommt. Aber ich muss Pearson überzeugen, mich wieder aufzunehmen. Ich tue das, um Sussman zu finden, weil er dasselbe für mich tun würde. Falls ich nicht nach Hause komme, hab ein Auge auf sie, Paul. Oh, oh. Was wird das denn? Nach was sieht's aus? Selbstmord. Geh da lieber nicht rein. Pearson hat einen MT. Danke für die Warnung. Soll das ein gottverdammter Scherz sein? Ich suche weiter nach Sussman. Holen Sie sich beim Kaplan aus. Ich kann nur Leute brauchen. Die Befehlen folgen. Und Ihre Befehle, als Sie sich weigerten, Ihre Leute zurückzulassen in Kassarin? Was haben Sie da gesagt? Die Wahrheit. Verschwinden Sie, solange Sie noch können. Davis hat's mir gesagt. Es war nicht Ihre Schuld. Sie wollten das richtige Ton für Ihr Platon. Los, raus! Los, raus! Ich bleibe, wo ich bin. Ich sagte raus! Gott verdammt! Mein Befehl war es, zurückzufallen. Doch ich hielt mich für schlauer. Ich sagte den Männern, dass wir den Pass halten, bis die Verstärkung kommt. Doch die kam nie an. Sie kam nie an. Sie haben wohl recht. Ich trage diese Schuld. Jetzt raus. Nicht ohne mein Platon. Sie halten sich für mutig, ja? Machen Sie mal den Job tag ein und tag aus, während Ihre Leute krepieren. Turner hätte niemals so aufgeben. Turner ist tot! Sein Tod soll Wert haben! Kein Opfer zu groß! Sie wissen nicht, wie es ist, Opfer zu bringen! Und was ist das? Entlassungspapiere, ausgestellt von Davis. Ich könnte heim. Ich könnte zu Hause sein. Als Held gefeiert und bei meinem Mädchen. Scheiße, mit einer Medaille. Aber ich bin noch nicht fertig. Sie sind wohl verrückt. Verrückt ist gar kein Ausdruck. Meinetwegen. Sergeant? Jetzt folgen Sie mir, verdammt. Entweder jetzt oder niemals. Gehen Sie mir aus dem Weg. Dann sind ja alle da. Nein, einer fehlt. Holen wir unseren Freund zurück. Ja, Corporal. Falls Sussman lebt, dann hinter der Brücke. Wir müssen sie einnehmen. Okay, das ist sie. Die letzte Brücke über den Rhein. Wenn der Konvoi drüben ist, sind wir mittendrin. Wir jagen sie hoch. Alles oder nichts. Das ist jetzt das Finale. Okay, sei los. Schnell nach. Sichern wir den größten Zugang. Ja, Sergeant. Kommt jetzt. Hey, Sie dürfen Ihre zweite Chance nicht vermasseln. Das werde ich nicht. Kommen Sie. Der Konvoi gibt uns Deckung, wenn wir zur Brücke vorstoßen. Gehen wir. Gehen wir. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2021 Was ist das? Los geht's! Feuer ist aus, Mann, hier! Werfe eine Granate! Wir müssen die Kohlrein bringen! Wir müssen die ZMGs aufhalten! Wir müssen die ZMGs aufhalten! Achtung! Feuer! Feuer an! Feuer! Die oberen Etage! Nein, nein! Achtung auf die Krabbe! Achtung! Achtung! Komm, kommen Sie schon! Bereit, Halt! Na, los! Wir müssen die ZMGs aufnehmen! Wir müssen sie nicht übernehmen! Schönen Sie uns raus! Schönen Sie uns zu machen! Wir müssen das Kuchen vornehmen! Wir müssen die ZMGs aus Blut geben! Auf den Boden! Runter, los! Gesichert! Helfen wir! Torp, zu mir! Helfen wir! Wir holten zur Brücke vor! Ich bin nicht bewegen, aber ich kann nicht. Ich bin nicht bewegen. Die Krautfresser sprengen die Brücke. Wir müssen sie stoppen. Was wissen wir? Die fahren schweres Geschütz auf. Verschafft uns Zeit. Wir gehen uns um die Ladungen. Okay, ich gehe voraus. Daniels und Stiles geben den Pionieren Deckung. Bereit? Na los, gehen wir! Ihr zwei, entschärft die Sprengsätze unter dem Mauerwerk. Die Krautfresser fallen zurück. Rücken und wachsam bleiben. Werfe Granate! Der Feinde, Granate! Granate! Da kommt eine Haare auf der Deckung! Sie haben die Brücke hoch! Aufstehen und weiter! Wir haben noch einen Job zu erledigen! Angriff! Vorsichtig vorwärts! Hört mal! Stukas! Sie haben den Brückenkopf verstärkt! Sie haben den Brückenkopf verstärkt! Sie haben den Brückenkopf! 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 Der Brückenkopf steht! Bereit! Komm! 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 Wir sind hier! Ja! Alle bereit, waschen! Waschen, bitte! Nicht aufgeben! Ja! Das waren alle! Die Flieger werden die Brücke zerstören! Wir müssen diese Flaks einnehmen! Daniel, schau! Hier nach! Bewegung, los! Schwerfeuer, schau! Wo sind sie? Rein in die Gräber! Na los! Rein in die Evangeline! Wir müssen diese Flaks einnehmen! Da raus! Daniels, rüber zu der Luftabwehrkanone! Deutsche hinter den Sandsäcken! Daniels, die Flak bemannen! Die Brücke schützen! Erstützt ab! Links! Erwischt! Weiterfeuern! Nicht nachlassen! Treffer! Zwei Uhr! Neck, Daniels! Du packst das, Daniels! Treffer! Pass die! Nach links! Erstützt ab! Ich hab dich gesehen, Daniels! Pass die! Nicht nachlassen! Ein Uhr! Neck, Daniels! Links! Pass die! Alles klar! Unsere Flieger sind hier! Jetzt grafen sie uns mit allem an, was sie haben! Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Scheiße! Weißer, eine Granate! Ja, ja, ja! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Feindgesichte, sie kommen raus! Allemann, Waffen runter! Waffen runter! Sie ergeben sich! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Brücke erobert. Corporal Howard. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Es ist verdammt viel mehr fällig als das. Kommt schon her! Wir haben gerade Geschichte geschrieben. Als Erste über den Reihen. Was guckst du so, Deutscher? Wir wissen von einem Gefangenenlager in der Nähe. Davis hat angeordnet, auf Autorisierung für einen Einsatz zu warten. Aber Sie wissen ja, was wir von solchen Befehlen halten. Verstanden, Sergeant. Okay. Unser Platon hat den ersten Brückenkorb am Rhein errichtet. Jetzt rollt unser Konvoi ins Herz von Deutschland. Es heißt, der Krieg wäre so gut wie gewonnen. Nicht für mich. Erst wenn ich es erst gefunden habe. Nachdem wir die Brücke bei unserer Ostmission verlassen hatten, durchsuchten wir die Lager auf dem Weg. Ich dachte, ich wüsste schon, wie Grausamkeit aussieht. Ich wusste gar nichts. Aber eins ist sicher. Ich werde diesen Anblick nie vergessen. Die Überlebenden sagten, man hätte die anderen Kriegsgefangenen, zu den auch Sassmann gehörte, in ein kleineres Lager drei Stunden östlich gebracht. Ich konnte nur hoffen, dass er noch lebte. Das letzte. Das sieht mir nach Arbeitslager aus. Ich finde, hier sieht's verlassen aus. Tre beverage. Brem hipp. Bremissent. Brem missig. Bremga. Hörst du deine Baracke? Was hier passiert ist? Was waren unsere Leute? Hol die Kamera raus. Die Welt muss es erfahren. Sie mussten dahin vegetieren wie Tiere. Wie es aussieht, gab es hier nichts als Prügel, Knochenarbeit und Hungerrationen. Hier drüben. Die Nazis haben unsere Leute kaltblütig ermordet. Kein Feuer der Welt macht das ungeschehen. Ich schätze, hier wurde ein Exempel statuiert. Sie haben die Schwächsten abgeschlachtet. Alle, die zu langsam waren. Daniels, geht drüben. Daniels, das müssen Sie sehen. Die Spur führt zu den Feldern. Da wurden Sie hingetrieben. Dann ist das unser Ziel. Da warten Sie nicht zu viel, Corporal. Es war ein Versprechen an Sussmann. Wir finden ihn. Ob wir ihn lebend finden, ist was anderes. Sergeant, ich gehe vor. Sussmann! Es ist wie ein Teufelskreis. Was ich getan habe. Was ich hätte tun sollen. Als ob mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet hat. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Du bist dort im Schnee gestorben. Und nur, weil ich nicht... Verdammt! Ich komme, Sussmann. Du wirst nicht sterben, Bruder. Nicht jetzt. Nicht heute. Sussmann! 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 Red, er schießt ihn! Es ist vorbei. Ich träume wohl. Was ist geschehen? Ich dachte, wir bleiben zurück und ich sterbe hier ganz allein. Hier, Trink. Schön langsam. Du hast immer auf mich aufgepasst. Und irgendwie auch heute. Es gibt nämlich nur eins, was dich auf dem langen Marsch antreibt. Und das sind die Brüder, die bei dir sind. Die Geschichte rief und sie folgten. Von überall her zum Kampf für Frieden und die Freiheit. Ich danke ihnen. Und die Welt dankt ihnen. Und wo immer sie auch sein werden, sie gehören für immer zu einer Bruderschaft von Helden. Das war's, Freunde. Sasman wollte, dass du den kriegst. Du brauchst ihn mehr als ich. Wegen Junior. Hast du aber kein Vertrauen? Das wird schon. Gentlemen. Und kommst du zurecht? Ich geh noch mal zu Sasman. Sergeant. Kehren Sie jetzt heim? Ich bin daheim. Wollen Sie nicht auch bleiben? Ich vermisse Texas schon viel zu lang. Alles Gute, Bauernjunge. Danke. Und wenn mein Sohn fragt, wo ich war, sag ich, ich war bei der Ersten. Und dem irren Bastard Pearson. Gar kein Ausdruck. Falls du mal nach Chicago kommst. Sehr gerne. Oder vielleicht überrasche ich dich zuerst in Longview. Du wärst willkommen. Weißt du, äh, als sie uns mitnahmen, raubten sie uns nicht nur die Freiheit. Auch wenn wir zusammen waren, waren wir doch allein. Es ging uns nur ums Überleben. Aber du, du hättest als Held heimfahren können. Warum bist du es nicht? Ich sah dieses Leben. Ich konnte es nicht. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Der Traum war anders letzte Nacht. Diesmal kamen wir nach Hause. Zusammen. Ich höre immer noch die Wölfe, Paul. Manchmal sehe ich sie sogar. Du brachtest mir bei, sie abzuwehren. Darum gehört das dir. Weil ich durch deinen Opfer lernte, dass ein Held alles riskiert für seinen Bruder. Und für mich bist du beides. Was bist du? Bis zum Schluss. Jestu special. Untertitelung des ZDF, 2020